Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Darmstadt, Bundesliga 2023-2024, 70 Spieltag, FC Augsburg gegen Darmstadt, Ergebnis 1 zu 2, Darmstadt, Startelf von FC Augsburg, Demann, Fiefer, Kovalevu, Utrekai, Gemin, Brethaupt, Ex-Rexabk, Iago, Eliko, Bemfig, Titz, Startelf von Darmstadt, Schöhn, Geleach, Müller, Makalika, Badach, Kempe, Holland, Nübinger, Marvin, Melem, Fiefer, Skarke, Das war's von FC Augsburg gegen Darmstadt, 14.45 Uhr.